ja auch aber mein Essen bitte sehr ihr Essen und ich bin sehr gespannt mal sehen wie es schmeckt guten Appetit der Herr hier diesen Restaurant Kritiker so einen Müll vorzusetzen sind gefeuert aaaaaah Kuckuck Kuckuck Das darf doch nicht wahr sein der schon wieder Na warte für meinen Rausmist werde ich mich an ihr rächen Dieser Hilfetrunk wird dich aufgehen lassen wie ein Brot eine Aufmerksamkeit des Hauses Oh wie freundlich Außergewöhnlich Sauna nach dem Essen ist das beste Nanu was ist los mein Bauch der blitzt immer weiter auf lasst mich hier raus Aaaaaah 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 Aaaaaah